Sie wollten zwei Club-Sandwiches? Ja, das stimmt, ja. Sie sind doch Mrs. Lockridge. Ja, genau, das bin ich. Das mit Ihrem Mann tut mir wirklich furchtbar leid. Oh, danke. Sehr nett von Ihnen. In der Zeitung wurde darüber berichtet. Die Gedenkweihe hat offenbar ziemliches Aufsehen erregt. Bedauerlicherweise ja. Wenn Sie mich entschuldigen, ich muss los. Auf Wiedersehen. Dem willst du was vorgaukeln. Was heißt das, Sie sind noch nicht dazu gekommen? Seit gestern liegt meine Anforderung auf Ihrem Tisch. Nein, erst mal eine reicht mir nicht. Ich brauche vier Vorladungen und ich will sie heute noch, klar? Andernfalls werde ich dafür sorgen, dass Sie Ihre anstehende Beförderung bis auf weiteres vergessen können. So, das war's. Schlamperei. Schon wieder Ärger? Es macht mich rasend, wenn ich mich auf einen meiner Männer nicht verlassen kann. Hast du nicht erst vor kurzem gesagt, Jerry Siegel wäre einer deiner besten Männer? Das ist ja ohne Frage nach wie vor. Hm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du einen deiner Männer je so angeschrien hast. Manchmal spuren sie nur so. Geht es denn schon wieder um Derek und seine Freunde? Ja, so viel Musketiere oder wie auch immer die Herren sich zu nennen pflegen. Glaubst du wirklich, dass sie hinter dem Anschlag auf Mason stecken? Was? Was ist mit Mason los? Was für eine Überraschung! Hallo! Entschuldigt bitte, wenn ich so hereinplatze, aber was habe ich da gehört? Seit wann bist du zurück? Das ist doch jetzt nebensächlich. Verratet mir erst mal, was hier passiert ist. Während du in Los Angeles warst, hat jemand versucht, deinen Bruder umzubringen. Wir glauben zu wissen, wer dahinter steckt, aber wir müssen es erst noch beweisen. Wurde Mason verletzt? Nein, Craig Hunt hat sich vorhin geworfen und die Kugel abgefangen, die für Mason bestimmt war. Genau so hat es sich abgespielt. Glaubt es oder lasst es bleiben. Und Derek treibt sich weiß Gott worum. Gehen wir das Ganze nochmal von vorn. Das hier ist keine Gerichtsverhandlung, Ian. Das weiß ich, aber vielleicht fällt dir noch etwas ein, wenn wir die einzelnen Punkte genau durchsprechen. Den Aufwand können wir uns, glaube ich, sparen. Wie wäre es, wenn du es uns überlässt, das zu beurteilen? Und wenn etwas schiefgelaufen ist, dann müssen wir es wissen. Ja, etwas ist schiefgelaufen. Jemand hat versucht, Mason Capel umzulegen. Ganz genau. Und wie du weißt, wollten wir ihn nicht tot sehen, sondern vor Gericht. Wer ist es gewesen, Craig? Ich war zur Tatzeit mit Steven zusammen und da du dir die Kugel mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht selber verpasst hast, kommt als Täter von uns nur noch einer in Frage. Du meinst also Derek. Diese Frage wird er uns hoffentlich gleich selbst beantworten. Wissen Sie, Alfred, was ich mich schon die ganze Zeit frage? Wieso kam ausgerechnet Craig Hunt hinter meinem Plan mit Mason Capel? Sie haben sicher schon eine Theorie entwickelt. Ja, das habe ich in der Tat, Sir. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, ich stand Ihrer Entscheidung, Capel zu eliminieren, von Anfang an mit einer gewissen Skepsis gegenüber. Ihr Plan schien mir offengestanden nicht gut durchdacht. Und um nochmal auf Craig Hunt zurückzukommen. Er hat, soweit mir bekannt ist, auf diesem Gebiet größere Erfahrungen als Sie. Hm, verstehe. Sie glauben demnach, dass Craig aufgrund seiner Erfahrungen durchschaut hat, was ich vorhabe und mir deshalb im letzten Augenblick dazwischenfunken konnte. Wie denn sonst? Das wüsste ich auch gerne, Alfred. Sind Sie Derek Griffin? Nein, das bin ich. Ich bin Derek Griffin. Ich, äh, muss Sie bitten, mitzukommen, Sir. Wo wollen Sie denn mit mir hin, Officer? Aufs Revier. Wir haben ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem versuchten Mord an Mason Capel. Wir haben ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Versuchten. Danke. Mir scheint, es hat dich genauso überrascht wie mich, dass ausgerechnet Craig Hunt Mason das Leben gerettet hat. Ich bin in Gedanken noch bei Mason. Deine Gedanken scheinen mir mehr bei Craig zu sein. Darf ich mich nicht freuen, wenn ein Mann, auf den geschossen wurde, noch am Leben ist? Hör zu, ich will nicht, dass wir zwei uns schon wieder streiten. Dann lass uns das Thema wechseln. Warum? Ich meine, wieso können wir uns nicht mehr wie vernünftige Menschen miteinander unterhalten? Und was willst du von mir wissen? Kelly, ich hab nicht vor, dich einem Verhör zu unterziehen. Es hat sich hier nur so viel verändert, während ich weg war. Was hat Mama dir erzählt? Du hast recht. Ich wollte von ihr wissen, ob du dich wieder gefangen hast und... Und was bitte war Mamas Kommentar? Du kennst sie doch. Ich denke, das, was sie gesagt hat, ist gar nicht wichtig. Schlimm wie du schleimst, wenn du was wissen willst. Meine Güte, ist es wirklich so schlimm, dass ich möchte, dass meine Schwester mir vertraut? Ja, und wenn du die Wahrheit hören willst, ich weiß nicht, was ich... Davon halten soll, dass meine Schwester sich mit Craig Hunt eingelassen hat. Ist ja interessant. Red ruhig weiter, ich hör dir zu. Nur ja, keine falschen Hemmungen. Mama meinte, dass eure Beziehung mittlerweile mehr als nur eine ganz gewöhnliche Bekanntschaft ist. Ich meinte sie. Und, hast du was dagegen einzurden? Ja, das habe ich. Und zwar einiges. Du weißt doch selbst, wie dieser Mann unsere Familie im Auftrag von Tonnel tyrannisiert hat. Aber Menschen können sich ändern, Eden. Du hast dich verändert, ich habe mich verändern. Wir beide waren nie kriminell. Nein, weil uns alles, was wir wollen, auf einem silbernen Tablett serviert wird. Die wenigsten Menschen haben so viel Glück. Sie sind praktisch dazu gezwungen, sich alles hart zu erkämpfen. Und das ist Craigs Entschuldigung? Nein, er muss sich für nichts entschuldigen. Das hat er genauso wenig nötig wie ich. Kelly, Mama hat mir erzählt, dass Ethan auf deiner Party Mason oder Daddy beschuldigt hat, Cassandra ermordet zu haben. Ist das wahr? Ja, und kurz danach fiel ihre endgültige Wahl auf Mason. Und du hast nicht gewusst, dass Greg Cassandra gekannt hat? Anfangs wusste ich das nicht, wirklich nicht. Nur, dass er im selben Waisenhaus war wie Derek, mehr auch nicht. Ich dachte, er hätte sich geändert und hatte gehofft, dass wir vielleicht... Aber er hat mich nur benutzt, um an die Familie ranzukommen. Und das macht alles nur noch komplizierter. Liegt dir etwas an ihm? Das weiß ich nicht. Warst du deswegen in Los Angeles, um das rauszufinden? Ich wollte einfach nur mal in Ruhe über alles nachdenken, mir über einiges Klarheit verschaffen. Aber kaum bin ich zurück, erfahre ich, dass er Mason das Leben gerettet hat. Und mittlerweile weißt du überhaupt nicht mehr, was du denken sollst. Ja. Kelly, ich weiß, wie du dich gefühlt hast, bevor Greg aufgetaucht ist. Du warst damals am Boden zerstört. Und unsere Familie ungemein erleichtert, dass ein gewisser jemand aus meinem Leben verschwunden war. Vielleicht ist das die Erklärung. Möglicherweise hast du dir Greg nur ausgesucht, weil Mom und Dad von ihm viel weniger halten als von seinem Vorgänger. Ich möchte weder von dir noch von sonst jemandem therapiert werden. Und wenn jemand weiß, dass ich mich aber auch wirklich noch nie, auch nur die Bohne, für irgendwelche Konsequenzen meiner Handlung interessiert habe, dann bist ja wohl du das. Tja, vielleicht haben wir beide mehr gemeinsam, als wir zugeben wollen. Dann versetz dich in meine Lage. Denk einfach dran, wie es war, als du Cruz damals begegnet bist. Wenn du dir überlegt hättest, was alles schieflaufen könnte, was Daddy und die Familie von diesem Mann halten würden, was hättest du gemacht? Das kann ich dir sagen. Es wäre mir vollkommen egal gewesen, da bin ich mir sicher. Wir haben vielleicht tatsächlich einige Gemeinsamkeiten. Aber im Gegensatz zu mir hattest du Glück. Du hast einen wundervollen Mann. Und du weißt immer, woran du bei ihm bist. Wirklich zu schätzen, dass sie sofort gekommen sind. Man gab mir deutlich zu verstehen, dass ich überhaupt keine andere Wahl habe. Dürfte ich jetzt vielleicht erfahren, weswegen wir vorgeladen wurden? Oh, hat man Ihnen das nicht auch unmissverständlich klar gemacht? Sie sind hier, um einige Fragen zu beantworten. Und zwar im Zusammenhang mit dem Anschlag auf das Leben von Mason F. Da muss ich Sie enttäuschen. Darüber weiß ich nichts. Aber Sie sollten eins wissen, dass ich es unverschämt finde, den Bezirkstaatsanwalt zum Verhör vorzuladen. Ach ja? Und warum? Glauben Sie, nur weil Sie das Gesetz vertreten, stehen Sie automatisch über dem Gesetz, oder was? Nein, aber ich kenne diese netten Spielchen nur zur Genüge, mich damit zu belästigen, Castillo, halte ich ehrlich gesagt hier ausgesprochen dumm. Und falls Sie Langeweile haben, schlage ich vor, Sie verstärken die Farnung nach Laura. Immerhin hat sie einen Mord gestanden. Und wenn jemand ein Motiv hatte, den Mann umzubringen, dann sieh, das müsste Ihnen doch eigentlich bekannt sein. Da wir gerade über das Motiv reden, wie finden Sie meine Version? Es ist kein Geheimnis, dass Sie und Ihre Freunde versucht haben, Mason den Mord an diesem Mädchen in die Schuhe zu schieben, oder? Und wie ich mittlerweile weiß, versuchen Sie bereits seit ein paar Jahren, den Täter auf eigene Faust zu ermitteln. Daraus ließe sich auch ein gutes Motiv für die Tat konstruieren. Wir haben wirklich stichhaltige Gründe zur Annahme, dass Mason Cephel in diesem Mord verwickelt war. Aha, und deshalb wurde Mason unter einem Vorwand in einen Hinterhalt gelockt und von ein paar Verrückten das Mordesverschuldig befunden. Hey, Moment, 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 was soll das etwa heißen, dass Sie mich verdächtigen, einer dieser Verrückten gewesen zu sein? Christian, davon war überhaupt nicht die Rede. Ich habe Sie vorgeladen, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Und wenn Sie nichts zu verbergen haben, verstehe ich nicht, wo Ihr Problem liegt. Sie können so lange hier warten, Mr. Griffin. Vielen Dank, Officer. Schönen Tag noch. Was wird hier gespielt? Wie ich gerade erfahren habe, wurde auf Mason Cephel ein Mordanschlag verübt. Und du hörst jetzt zum ersten Mal etwas davon, stimmt's? Ja, natürlich. Offensichtlich hat Castillo von unseren Anschuldigungen erfahren und versucht, eine Verbindung zu dem Mordversuch herzustellen. Wir treffen uns, sobald wir das hier hinter uns gebracht haben, okay? Ich habe Termine, das hier passt mir schon. Dann verschiebe sie. Du willst doch bestimmt nicht, dass wir denken, du hättest vor uns etwas zu verbergen. Natürlich nicht. Gut. Du wirst uns einiges zu erklären haben. Ethan. Derek. Sie sind dran. Leiner. Hallo. Was hast du denn hier zu suchen? Ich konnte nicht glauben, dass es wirklich nicht mehr existiert und ich wollte mich nur selber davon überzeugen. Sie sind es, Idee. Am helllichten Tag, wo dir jederzeit jemand Bekanntes über den Weg laufen könnte. Ich dachte, du wirst für tot gehalten werden. Keine Sorge, es hat mich niemand gesehen. Wie beruhigend. Dabei bleibt es auch besser. Komm jetzt. Augenblick bitte noch. Direkt über uns ist das Schlafzimmer von Warren und Laken früher mal gewesen. Ja, und wir stehen sozusagen mitten im Isstzimmer. Schrecklich, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Ich lebe zwar schon lange nicht mehr hier, aber zu wissen, dass dieses Haus als mein, als unser Heim existiert, das hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben. Und mir wird erst jetzt klar, wie viel mir dieses Haus wirklich bedeutet hat. Ja, es war so eine Art Fehlzinderbrandung für die Familie, was man von dir nicht gerade behaupten kann. Naja, das habe ich wohl anscheinend verdient. Wurstleken. Keine Ahnung, sie war schon weg, als ich aufgestanden bin. Mach ich mir bitte nicht wieder aus. Ich möchte mit ihr reden. Ich muss ihr alles erzählen, unbedingt. Ich weiß, ich weiß, du hast vollkommen recht. Das war der größte Blödsinn, den ich je gebaut habe. Ich weiß selber nicht, wie ich das vergessen konnte. Ich hätte berücksichtigen müssen, dass meine Tochter wieder hier ist, das weiß ich. Und ich muss es ihr erklären. Ich bin es ihr schuldig, dass sie von mir die ganze Wahrheit erfährt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nun auch noch unsere Tochter in deine krummen Geschäfte hineinziehen willst. Nein, natürlich nicht. Wie kommst du denn bloß auf die Idee? Und was bitte musst du ihr so dringend sagen? Sie soll nur wissen, dass ich am Leben bin. Und dass ich sie liebe. Und dass du nur, nur deswegen vorgibst, tot zu sein, weil du es unglaublich komisch findest, ganz ranter Barbara zu verschaukeln. Als es nicht anders geht, ja, es tut mir leid. Aber ich kann Laken unmöglich weiterhin in dem Glauben lassen, ich sei tot. Meinetwegen. Bring sie aber schon dabei als mehr. Hey. Wir haben eine Menge schöner Tage hier verbracht. Oh ja, und ebenso viele, wenn ich noch mehr schlechte. Täusche ich mich oder bist du früher mal romantisch gewesen? Nicht romantisch, blöd, Lionel. Ach ja? Es ist viel passiert seit unserer Trennung und es liegt mir fern, Vergangenes wieder aufleben zu lassen. Ich bin nur an der Zukunft interessiert. Und die schließt dich fatalerweise wieder mit ein. Also lass uns verschwinden. Bevor jemand auftaucht, der nicht an Gespenster glaubt und eine Erklärung verlangt. Schon in Ordnung, du hast ja recht. Gib mir noch ein paar Minuten, ihr. Dann komm ich nach. Okay? Mutter? Mutter, bist du da drin? Sie können mir nicht sagen, wo Sie zur Tatzeit waren. Soweit ich mich erinnere, habe ich mich dazu noch nicht geäußert. Wieso beantworten Sie nicht einfach meine Fragen? Nun, das mag etwas damit zu tun haben, dass ich bisher noch keine Notwendigkeit dazu sah. Die Fragen stehen im Zusammenhang mit einem Mordversuch. Haben Sie das vergessen? Und wenn Sie sich weiterhin weigern zu kooperieren, auch kein Problem, denn es gibt andere Methoden, Leute wie Sie zum Reden zu bringen, mein Freund. Ach, übrigens, ich habe Sie doch vorhin richtig verstanden. Sowas wie ein Haftbefehl liegt nicht vor. Nein, noch nicht. Das könnte sich aber ändern. Und jetzt würde ich gerne wissen, wo Sie zum Zeitpunkt des Mordanschlags auf Mason Capitale waren. Also, ich muss doch sehr bitten. Tut mir wirklich leid, aber ich muss gestehen, dass ich mehr als überrascht bin, wie schrecklich unbedarft Sie an die Sache rangehen. Mr. Griffin, Sie sollten meine Geduld nicht überstrapazieren. Ich warne Sie. Oh, tue ich das etwa? Dann werde ich versuchen, es etwas deutlicher zu formulieren. Ich bin ohne juristischen Beistand hier. Richtig? Und ganz unter uns. Auch wenn ich gestehen sollte, dass ich die halbe Stadt auf dem Gewissen habe, bringt Ihnen das nichts. Sie könnten das nie vor Gericht gegen mich verwenden. Und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ich habe dringende Termine. Ich sagte nicht, ich rede mit Ihnen. Ich sagte nicht, dass Sie gehen können. Vorsicht, Castillo. Treiben Sie es nicht zu weit. Sie haben mir nichts zu befehlen. Ich will eine Antwort. Wo waren Sie in der Nacht, als man versucht hat, Mason Capitale zu ermorden? Sie wollen eine Antwort? Das wollen Sie wirklich? Wie wäre es vorweg mit einer Frage? Halten Sie uns allen Ernstes für so dämlich, den Versuch zu wagen, diesen Capitale zu töten, wenn wir uns an allen fünf Fingern abzählen können, auf wen der Verdacht konsequenterweise sofort fallen wird? Woher soll ich wissen, wie dämlich Sie sind? Das wird sich noch im Verlauf der Ermittlungen rausstellen. Ich musste mich damit abfinden, dass Ihre Frau die Nase in meine Vergangenheit steckt. Aber ich finde mich nicht mit Ihren unsinnigen Fragen ab. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Ich weiß definitiv, dass einer von euch für den Mordanschlag verantwortlich ist. Und das werde ich auch beweisen. Und wenn ich rausfinde, dass Sie es waren, mein Freund, werden Sie bezahlen. Habe ich mich klar ausgedrückt. Oh ja, das haben Sie. Ohne Frage. Und jetzt habe ich Ihnen etwas zu sagen. Sie werden mich jetzt auf der Stelle loslassen. Lassen Sie mich los. Sonst sehe ich mich gezwungen, dafür zu sorgen, dass Ihnen ein Disziplinarverfahren angehängt wird. Wollen Sie es wirklich so weit kommen lassen? Finger weg sofort. Aber natürlich, Derek. Dankeschön. Was wollte er wissen? Oh, er hatte nur ein paar Routinefragen. War ja klar, dass er uns mit dem Anschlag auf Mason in Verbindung bringt und er muss jedem Verdacht nachgehen. Ich habe auch ein paar Fragen an dich, Derek. Es tut mir leid, aber ich habe es eilig. Ich muss sofort... Hör zu. Aber ich muss wirklich... Ich finde die Wahrheit heraus. Notfalls auch allein. Oh. Oh, hartnäckig warst du hier schon immer. Nur, seit wann bist du derart theatralisch? Ich habe gehört, was passiert ist. Welche Version? Mason wäre ohne deine Hilfe vielleicht tot. Ich wollte dir nur... Kelly, Sie haben doch nichts dagegen, wenn wir noch kurz etwas mit Craig besprechen. Craig, ähm, hättest du nicht Lust, was essen zu gehen? Äh, ehrlich gesagt, habe ich noch sehr viel zu tun. Ach, bitte, wir zwei wollen dir doch nur danken für das, was du getan hast. Kelly versteht das sicher nicht, wahr? Ja, natürlich, aber... Entschuldige, Kelly, ich muss gehen. Das Samulett lag auf deinem Nachtisch. Ja, und? Das finde ich aber nett von dir, dass du es mir hinterher trägst. Ah, ich... Ich war mir nicht sicher. Was meinst du? Ob du es nicht mitnehmen wolltest oder es vergessen hast. Weißt du, ob du das jetzt glaubst oder nicht? Ich kann den Tag auch durchaus ohne das Ding durchstehen. So verblüffend das für dich sein mag. Ich... ich wollte einfach... Geht ruhig weiter, Liebling, gibt es vielleicht noch einen Grund, weshalb du hergekommen bist? Welcher Grund wäre das? Ich wollte mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Geht's dir gut? Ich... Ich... Ich kann's nicht sagen. Schätzchen! Was machst du denn hier? Ich bin hier vorbeigefahren und da sah ich dich. Ist das wahr? Ja, du wolltest gerade reingehen. Wolltest du etwas Bestimmtes hier? Oh, nein, nein. Ich hab nur versucht, mir vorzustehen, wie das neue Haus hier aussieht. Ich denke auch jedes Mal, wenn ich hierher komme, darüber nach. Aber immer, wenn ich versuche, mir ein Bild davon zu machen, sehe ich nur unser altes Haus vor mir. Oh, Liebling, wie das Leben so spielt. Wenn nur nicht alles so schnell ginge. Und wenn wir nicht unmittelbar nach Vaters Tod hier wieder bauen würden, wäre es für mich etwas leichter. Aber so ist der Lauf der Dinge. Man muss an die Zukunft denken. Das ist nicht deprimierend, sondern wundervoll. Denn das Leben bleibt nicht stehen. Die Zeit bleibt nicht stehen, Mutter. Das Leben ist ein Traum. Und Träume, das weißt du doch, sind eben bloß Träume. Das hat Lionel auch immer gesagt. Und dann hat er noch gesagt, dass das Wundervollste an all dem ist, dass sich jeder Mensch immer wieder neue Träume schaffen kann. Oder Albträume. Ich vermisse ihn wirklich, furchtbar, Mutter. Ich würde alles dafür geben, wenn ich nur noch einmal mit ihm reden könnte. Oder wenn ich ihn noch wenigstens nur ein einziges Mal noch sehen könnte. Ist ja schon. Auf dem Ort muss man einfach in trübe Stimmung geraten. Wieso verschwinden wir nicht ganz einfach von hier? Na komm, Schätzchen. Und hör auf zu weinen. Oh Gott, was hab ich noch getan? Wieso sagst du mir nicht, was mit dir ist? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich auch. Ich hätte Derek von fast geschlagen. Es hat nicht mehr viel gefehlt. Und ich hätte ihn mir geschnappt und wäre ihm an die Kehle gegangen. Was hat er getan? Er wurde frech. Und ich, ich konnte richtig spüren, wie Wut in mir aufstieg. Ich war so wütend und ich konnte nichts dagegen unternehmen. Ich habe mittlerweile Angst davor, dass ich irgendwann einmal ausraste. Du kannst ruhig mal wütend sein. Du hast in letzter Zeit viel durchgemacht. Keiner kann dir verübeln, wenn du mal die Beherrschung sendest. Das, was im Moment in mir vorgeht, ist nicht zu erklären. Bedenk doch nur, was in diesem Jahr alles passiert ist. Die Geschichte mit Kirk, die war schrecklich. Und diese zwei Männer in Frankreich, die dich fast getötet hätten. Du glaubst doch nicht, dass es daran liegt, sonst wärst du nicht hergekommen. Also gut, wenn du es genau wissen willst. Ich glaube, deine Stimmung hängt irgendwie mit diesem Stein zusammen. Du hattest ihn schon in Paris und irgendwie warst du da auf einmal ganz anders. Du weißt hoffentlich, dass ich dir nicht wehtun wollte. Das ist das Letzte, was ich möchte. Das hast du überhaupt nicht. Ich will dir helfen und ich weiß nicht wie. Natürlich, aber ich kann dir nicht sagen, was du tun kannst. Ich weiß nur, dass es vielleicht etwas mit dem Stein zu tun haben könnte. Ich dachte, du bist nicht abergläubisch. Nein, das bin ich ja auch nicht. Aber der Mann, von dem ich ihn habe, dem ist es völlig ernst damit gewesen. Er hat mir die Verantwortung für diesen Stein bewusst übergeben, denn für ihn war ja eine Art Heiligtum. Ich war nicht gerade wild darauf, aber... Jetzt gehört er mir nun mal. Ich habe das Gefühl, dass ich dem Mann was schulde. Was schuldest du ihm? Du hast ihm doch gesagt, dass du den Stein nicht wolltest. Natürlich, aber in seinen Augen und in den Augen seines Stammes, den ich jetzt offenbar wohl repräsentiere, kannst du dich nicht weigern, zum Schamanen anhand zu werden. Das ist ganz unmöglich. Es ist sowas wie Bestimmung. Für diese Menschen bin ich so etwas Ähnliches wie eine Vaterfigur und eine Art Autorität. Ich kann mich nur nicht um sie kümmern. Das kann ich nicht. Du solltest mit jemandem darüber reden. Das wäre doch völlig sinnlos. Er hat seine Wahl getroffen und dabei bleibt es nun auch. Nein, Liebling, ich habe gemeint, du solltest dir vielleicht professionelle Hilfe suchen. Was? Weißt du, wie soll ich sagen, du hast so viele Freunde, die Selbststress haben und auch bei der Polizei arbeiten. Du könntest dich mit ihnen hinsetzen und reden. Meinst du das ernst? Ja. Sprich mit ihnen mal über deinen Zustand, über diesen merkwürdigen Talisman. Waren wir uns nicht einig, dass das mit Stress nichts zu tun hat? Wenn du keine Lust hast, dich deinen Freunden anzuvertrauen, dann solltest du zu einem Psychiater gehen. Du glaubst also, dass ich das nicht allein hinkriege? Niemand hat gesagt, dass du das nicht allein hinkriegst. Ich kann das sehr gut alleine und ich brauche keine Therapie. Das Einzige, was ich will, ist mit dir darüber reden und ich dachte, das ginge auch. Tja, da habe ich mich wohl geirrt. Nein, Irren ist menschlich. Also los, Craig. Es wird allmählich Zeit, dass du mit der Wahrheit rüberkommst, findest du nicht auch? Auch wenn du noch massiveren Druck auf mich ausübst, ich kann dir nicht sagen, was ich nicht weiß. Wir wissen, dass es Derek war, der den Plan hatte. Warst du einfach auch eingewalt? Ihr wisst gar nichts, verdammt nochmal. Ihr beide habt euch überlegt, Mason aus dem Weg zu räumen. So ist es doch. Und was ist dann passiert? Hat er aus Versehen dich angeschossen? Sehr beeindruckend. Tolle Fantasie. Du solltest einen Film drüber machen. Craig, wir gehen erst von hier weg. Wessen, wir wissen, was wirklich passiert ist. Wessen Idee war es, Mason ins Jenseits zu befördern? War dir unsere Freundschaft so wenig wert? Craig hat euch nicht hintergangen. Und dann bleibt nur noch einer. Und dann bleibt nur noch einer. Ich war derjenige, der versucht hat, Mason Capwell zu erschießen. Wieso? Ich war einfach davon überzeugt, ihn der Polizei zu übergeben, wäre zwecklos gewesen. Als ein Capwell wäre er niemals verurteilt worden. Das ist überhaupt nicht sicher. Du Bezirksstaatsanwalt, bleib realistisch. Craig hatte übrigens gar nichts damit zu tun. Er wollte es sogar verhindern. Dann hast du auf ihn geschossen? Ich tat, was ich tun musste. Was denn? Craig umbringen? Wenn ich das gewollt hätte, Steven, wäre er jetzt tot. Ich begreife das nicht. Oh doch, das tust du sehr wohl. Ich bin sicher, dass ihr alle es tut. Ihr wollt es nur nicht eingestehen. Nicht mal vor euch selbst. Seit Cassie damals getötet wurde, höre ich ihre Stimme. Nacht für Nacht fleht sie mich um Hilfe an. Es lässt mich nicht los. Ich höre, wie sie schreit. Nein, ich konnte ihn unmöglich so davon kommen lassen. Wenn es schon keine Gerechtigkeit gibt, wollte ich wenigstens dafür sorgen, dass er bestrafen würde. Waren wir uns nicht alle vier einig, wie die Bestrafung für ihn ausliegen wird? Nein, er hat es verdient zu sterben für das, was er getan hat. Er hat ein kleines Kind getötet. Und dieses Kind war Cassie verflucht. Sie war unsere Freundin. Wieso wollt ihr das bloß nicht begreifen? Warum hast du denn nie ein Wort davon gesagt? Hättest du das genutzt? Ja, wieso nicht? Das tust du doch wohl selbst nicht. Ihr habt keinen Zweifel darüber gelassen, wie ihr dazu steht. Ich bin nur aus einem einzigen Grund heute hierher gekommen. Weil ich nicht zulassen wollte, dass Craig durch mein Verhalten irgendwelche Schwierigkeiten mit euch bekommt. Mann, das ist aber rücksichtsvoll von dir. Jetzt spiel dich noch als ein Beschützer auf. Wer hat denn auf ihn geschossen? Steve, verstehst du das? Er war unter Freundschaft. Nimm dich das an der Freundschaft für dich. Ihr könnt alle nur reden, reden. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Ihr redet nur und redet. Und zu guter Letzt, da seid ihr von vielen Reden zu schwach gewesen, um zu handeln. Deswegen habt ihr es mir überlassen, dass dieses Schwein bekommt, was es verdient. Wunderbar. Und damit hast du es geschafft, dass wir alle in der Scheiße hängen. Wer verdammt der Idiot ist Ihnen? Wir können es uns nicht leisten, zu streiten. Das darf uns nicht passieren. Wir sind darauf angewiesen, dass wir alle zusammenhalten. Wir sind auch jetzt noch, hört mir zu, auch jetzt noch eine Familie. Wir sind keine Familie. Steven, wir sind immer noch zusammen. Das sind wir nicht. Er ist immerhin hergekommen, um uns die Wahrheit zu sagen. Das dürfen wir nicht vergessen. Er weiß, dass wir keine Idioten sind. Ihm war klar, dass wir schnell rausfinden, wer für den Anschlag verantwortlich war. Ja, aber das ist doch im Grunde nicht wichtig. Er ist gekommen, weil wir für ihn sowas wie Brüder sind. Brüder? Ja. Brüder! Wolltest du schon immer mal auf deinen eigenen Bruder schießen? Oder hast du ihn vielleicht nur mit Mason verwechselt? Ach nein, das kann ja nicht sein, denn wenn du ihn für Mason gehalten hättest, wäre er jetzt tot. Stimmt's? Das reicht jetzt, Steven. Das gibt es doch gar nicht. Gerade du verteidigst ihn. Was wird das eigentlich, wenn's fertig ist? Seht ihr nicht, was der Kerl vorhat? Merkt ihr nicht, er versucht doch nur, unsere alte Freundschaft auszunutzen, um sich vor dem Gefängnis zu retten? Er wollte einen Menschen töten, verdammt! Und du bist auch nicht viel besser. Wieso hast du uns nicht gewarnt, als du wusstest, was er vorhat? Steven, Steven, versuch endlich zu beruhigen. Nein, begreifst du denn nicht? Er hatte kein Recht, zu Derek zu gehen, ohne uns. Aber das habe ich bloß aus einem einzigen Grund getan, nur um das zu schützen, was von uns übrig ist. Ich wollte euch zwei da einfach raushalten. Nein, ich sehe, dass unsere Pläne den Bach runtergehen, und das verdanken wir euch beiden. Wir wissen alle, was es bedeutet. Es ist vorbei. Mason Capwell hat die Stadt verlassen. Derek hat seine Chance verpasst. Wir können ihn nicht kidnappen, wir können's vergessen. Es ist aus. Ja, 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 es ist aus. Vorbei. Und es gibt niemanden, der Mason für sein Verbrechen zu verantworten. Wir müssen bloß abwarten, dann gerät die Sache schon in Vergessenheit. Gib es doch endlich auf. Immerhin haben wir Pressmans Unschuld bewiesen. Damit hätten wir aufhören sollen. Ich meine, mein Gott, wer sind wir denn? Eine Horde kleiner Kinder auf Rachefeldzug. Vermutlich hat Craig recht. Offensichtlich leidet Derek von unserem allermeisten unter Cassies Tod. Es sollte ihm bewusst sein, dass er die alleinige Verantwortung dafür trägt, dass Mason nie mehr für das zahlen wird, was er getan hat. Ich finde, das ist Strafe genug. Er muss doch nicht auch noch seine Familie verlieren. Wir können ihn jetzt wirklich nicht fallen lassen. Hey, Hunt. Niemand hat dich darum gebeten, Partei für mich zu ergreifen. Wenn du mir nicht in dieser Sache dazwischengefunkt hättest, wäre Mason schon längst beerdigt und niemand würde vermuten, dass wir was damit zu tun hatten. Ja, das war ein toller Plan, mein Junge. Ich bin schon gespannt auf deinen Nächsten. Geh lieber auch. Hey, nein, schon gut. Ich verschwinde freiwillig. Darf ich mal? Derrick! Ich werde darüber mit niemandem sprechen. Versuchst du es allerdings wieder, verspreche ich dir, dass du dafür ins Gefängnis gehst. Dann wissen wir jetzt ja alle, woran wir sind. Nicht wahr, ihr Lieben? Ich habe gedacht, dass mein Vater vielleicht irgendwann mal nicht mehr lebt. Das war vielleicht ein scheußlicher Tag. Ja, aber es kommt noch viel schlimmer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was machen die Bulldozer eigentlich da draußen? Ich vermute, dass sie das Haus abreißen. Wieso? Was? Aber das geht nicht. Aber natürlich geht das. Der Architekt sagt, dass sie mit dem Bau des neuen Hauses in den nächsten Tagen anfangen. Es geht wohl kaum, wenn das alte noch da steht. Du musst sie sofort aufhalten. Wieso? Ich bin froh, dass es endlich losgeht. Weil durch die Bulldozer der Tunnel einstürzen könnte. Die Gemälde sind alle da unten. Oh, Gusta, wir können dadurch hunderte von Millionen verlieren. Ein Wischke mit Joda, bitte. Kommt sofort. Vielen Dank. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Hallo. Hallo. Es tut mir wirklich leid. Ja, mir auch. Ich hätte nicht... Nein, nein, ich... Ich hatte nicht genug Verständnis für mich. Nein, das ist nicht wahr. Du hast nur Dinge gesagt, an die ich auch schon gedacht hatte. Und deswegen bin ich sicher so wütend geworden. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Weißt du, ich rede doch nur so mit dir, weil ich mir Sorgen mache. Ja, genau das möchte ich verhindern, deshalb... ...habe ich mich bei einem Psychiater für eine Sitzung angemeldet. Wirklich? Ja. Ich offenbare ihm meine Seele schon gleich morgen früh. Wenn du das nur für mich tust, dann... Nein, ich tue es für uns beide. In letzter Zeit ist so viel passiert in unserem Leben und das meiste ist wundervoll. Ich will es nicht aufs Spiel setzen. Das würde dir sowieso nicht gelingen. Liebling, ich weiß zwar nicht, was los ist, aber ich würde nicht zulassen, dass ein kleiner Stein und eine indianische Legende sich zwischen uns drängen. Danke. Craig, was ich dir vorhin eigentlich sagen sollte, ist, dass ich dir sehr dankbar bin, dass du Mäßen das Leben gerettet hast. Nicht der Rede wert. Du wurdest immerhin angeschossen. Ich lebe noch, nur ein Kratzer. Zum Glück. Sind das bloß nette Worte oder meinst du es wirklich so? Ich dachte, wir wären über diese Art Höflichkeitsfloskeln hinaus. Aber das ändert nichts an meinem Gefühlszustand. Ich bin immer noch sehr verwirrt. Da geht es dir wie mehr. Ich kenne auch schon die Geschichte, die du der Polizei erzählt hast und ich weiß genau, dass du ihnen ein paar Dinge verschwiegen hast. Ich konnte nicht mehr als das dazu sagen. Dann sag doch wenigstens jetzt die Wahrheit. Ich habe dir auch niemals etwas verschwiegen. Ich weiß. Kelly, was Cruz, ähm, der erzählt hat, ist richtig. So ist es abgelaufen. Das ist doch Quatsch. Das wissen wir alle beide. Warum lügst du mich an? Ich verstehe das nicht. Warum fühlst du dich dem gegenüber so verpflichtet? Kelly, hör auf, mich zu bedrängen. Ich kann dazu nichts anderes sagen. Zu schade. Ich hatte gehofft, wenn du noch mal eine zweite Chance kriegst, deine Aufrichtigkeit zu beweisen, würdest du sie auch nutzen. Tja. Kelly. Lief alles zu ihrer Zufriedenheit. Sie waren es, nicht wahr, Alfred? Sie erzählten Craig von meinem Plan. So ist es doch, oder? Nun ja, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wahrscheinlich habe ich es auch nicht anders verdient. Denn ich habe damit die einzige Familie betrogen, die ich jemals hatte. Wieso haben Sie auch nicht auf mich gehört? Zu spät. Bitte lassen Sie mich jetzt allein, Alfred. Ich bin auf mich. Oh, come on. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im Kalifornia-Clan hier bei RTL.